Hallo liebe BVB-Fans, ich bin Dario von der BVB-Worning Fußball Akademie und heute zeige ich euch, wie ihr mit verschiedenen Bällen trainieren könnt. Ich zeige euch jetzt die Gegenstände, die ich gleich verwenden werde. Einmal ein gewöhnlicher Fußball, kennen wir alle. Ein Softball von der Schule, haben wir auch mitgespielt. Ein Tennisball, kennen wir auch, aus dem Schulhof. Und falls ihr richtig improvisieren wollt, könnt ihr euch natürlich zwei Stutzen nehmen, daraus einen Ball formen und dann auch durch die Wohnung dribbeln und gleich zeige ich euch, wie ich das mache. Und wie ihr gesehen habt, ich habe die Bälle an verschiedenen Räumen hingelegt und die ihr müsst natürlich auch machen. Und dann dribbelt ihr von Raum zu Raum. Seid kreativ dabei, ihr könnt natürlich auch die Außenseite benutzen, die Innenseite, die Sohle. Und jetzt bist du dran, viel Spaß beim Trainieren und immer daran denken, gemeinsam sind wir ein Team.